Hi, ich möchte heute von einem YouTuber berichten, der seinen Namen geändert hat. Das ist jetzt ein neuer Name und sein neues Bild. Da macht er Musik, die macht er teilweise, also die macht er wirklich selbst, der ist auch sehr kreativ. Seine Musik ist schön, ich selbst habe ihn auch schon abonniert. Er hat mal Lesbles gemacht, aber jetzt macht er sie nicht mehr so oft. Er beschäftigt sich eher mit dem Thema Musik, darin ist er auch sehr gut, dann macht er Rockmusik, eher für die jüngeren Leute unter euch. Er macht nicht das gleiche, was ich tue, sondern eher Musik. Okay, ein paar Mal hat er jetzt vielleicht ein paar Lesbles gemacht, so wie da. Lesbles, das ist Minecraft, so viel wie ich sehe. Pokémon, oder, ne, ich sehe nur den Ball, da, ich hoffe nicht, das ist Pokémon. Da noch ein paar andere Lieder, da, also, ich sage euch jetzt alles. Das, das da, das hat er alles gemacht. Das, 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 und die zwei. Das ist sein Name, wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen wollt, er würde sich sicher freuen. Also dann, bis dann, bis später. Lass bei mir und bei ihm, wenn ihr wollt, gebt und gerne ein Abo da. Vielen Dank.